und rein mit euch Uh, not bad Okay, bei der Gates Müsst ihr nochmal so ein Map-System finden Mal gucken, wo noch welche sind Ich versuche auf jeden Fall alle zu ratten Aber ich glaube, das gibt sowieso keinen Da oben ist zumindest schon mal einer Bye Wie, won't open, or what? Won't open Okay, hier geht es erstmal nicht weiter Schade Aber den haben wir schon mal gerettet Muss ich irgendwie noch die Tür öffnen Naja, looking good Auf jeden Fall Brauchst du nochmal eine Map oder so, ne? Die Frage, wo ist die nächste Mofo-Map? Ah Na gut, vielleicht da unten Puff Komm Ape, beeil dich mal ein bisschen, jung Jung Das könnte interessant werden Das Spiel auf jeden Fall Gucken wir jetzt erstmal Was da ist Verarbeitungszentrum Kein Zutritt Nicht eine clue Nicht eine clue Nicht eine clue Na gut 21 gerettet Das ist schon mal nicht schlecht Trotzdem hätte ich gerne mal noch eine Karte oder sowas Ich nehme mal so ein Boom-Thingy mit. Aber bringt das was? Ja, es ist Lager. Ah, ja. Wenn du entkommst, sterben alle Arbeiter diese Schicht. Schicht. Well, that sucks. Okay. Fahren wir wieder runter. Denn, dann geht's da weiter. Ja, da ist was, oder? Da ist eine Tür hinten dran. Okay. Der ist wo, stupid AF. Jo, hat's ihn erwischt, natürlich. Der ist jetzt bestimmt auch wach. Bub. Aber, can't tell you, not long. Peng. Voll in die Fresse. Ja, 70 oder so, habe ich gesehen, ja. Ist natürlich fraglich. Gar nicht von hier da rüberjumpen. Oh, no. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Fucked up. Peng, peng, peng. Wisch. Okay. Gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut. Was ist Glück? Oh, da kam noch ein Stückchen von ihm runter. Was ist Glück? Hat's aber trotzdem gepasst. Ich bin nicht gestorben. Not bad. Und hoch. So, jetzt gucken wir mal. Ich denke, dass ich doch von hier locker, wenn er es loslässt, wenn er denn loslässt, was er nicht tut, eigentlich da rüberkommen könnte, oder? So, lass mal los. Hey, lass mal los. Won't do. So, probieren wir's nochmal. Ja, alles klar. Da geht's nämlich rein. Oh, hey. Oh. Ah, komm schon. Da, fuck. Wie komme ich da rüber? Wie viel Leben habe ich überhaupt? Also, da gezielt anzuhalten mit dem fucking Analogstick wird natürlich jetzt interessant. Mist. Ah. Okay, ich muss mir nur das Timing einbringen. Was? Mist. Viele Leben habe ich nicht mehr, ne? Kann das sein? Kann ich es schaffen in einem Durchlauf? Ich bin mir nicht sicher. Was? Almost. Ist ja auch gar nicht fies, von jetzt auf gleich so ein Platforming zu verlangen. Ach, komm. Also, gezielt anhalten ist fast unmöglich, tatsächlich. Ne, pff. Das war nur Luck beim ersten Mal. Okay, cool. Also, es endet wohl nichts hier, na gut. Sneaky? Okay, way too sneaky. Oh, hey. Ah. Help me. Du weißt, was dich erwartet, ne? Du Bub. Slap. Oh Gott, der kommt ja gar nicht raus. Was mache ich mit dem? Einfach platzen lassen, ne? Hang. So. Okay. Das gibt ja mal einen richtig fetten Bonus. I like. Slap. Aber. In den Fleischwolfbereich komme ich trotzdem nicht. Problem ist, wenn ich jetzt, jetzt feile. Ah, Glück gehabt. Hätte ich wahrscheinlich wieder alle verloren. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier wieder runterkomme. Aha. Okay. Hätte ich vielleicht von vornherein so machen können, ne? Das war auf jeden Fall in Ordnung. Ja, es hat, also, der Hebel hat, glaube ich, nichts getan. Habe ich noch Boomies? Nein, ich brauche noch so einen Boom. Okay. Und dann nochmal eine Karte vielleicht. Das wäre auch nochmal hilfreich. Ah, okay. Kann sein. Ja, kann sein. Jetzt ist es auf jeden Fall vorbei damit. Hang. Okay. Aber raus komme ich hier nicht, ne. Also, das bringt es mir nicht wirklich, wenn ich das hier aktiviere, ne? Okay. Warum sollte es auch? Ist jetzt hier mal was offen? Nein, kein Zutritt. Na gut. Jetzt die Frage. Was? Was kann ich jetzt noch machen? Komme ich jetzt weiter vor allem? Wow, 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 wow. So, komm. Darüber. Oh, das war knapp. So, hoppah, yeah, Ape-Style-Fish. Moink. Da. Hier ist ein Trapdoor. Da. Aber, die werde ich wohl nicht rechtzeitig erreichen. Gut. Dann kann es die schon mal nicht sein. Oh, lolol. Ne, rolloolol habe ich gesagt, Junge. Ah, ich vergaß. Das war so schon mal nicht. He caused me dead. All right, all right, all right. This one. Na, da steht ja auch nicht, dass man da stirbt. Aha. Hallo. Oh, come on. Wie werde ich den denn jetzt los? Da war kein Schild. Okay, he's sleepy. Wenn ich jetzt da runterjumpe, bin ich dann immer noch leise genug? Ne, bin ich nicht. Wow. Alter, ist das euer fucking Ernst? Alter, ja, ist gut, ich hab's gekauft. Boom. Ja, aber wenn ich jetzt boome, sind alle tot. No, Buben for me. Ne, so. Ich sneak da erstmal an allen vorbei. Mal gucken. Ich meine, ich hab jetzt schon wieder welche geopfert, ist klar. Uha. Ja, Junge, komm, schlaf ein. Ja, es ist es, auf jeden Fall. Ha. Wow, I'm epic dead. Help me. Help yourself, Bish. Ins Gesicht geschossen. Ja, das Original war für die PS1. Schöne mich. Mommy, help me. Wo ist er? Boop, geh pennen. Ne, ne. Schaffen, schaffen. Scheiße bauen. Die Frage ist natürlich, wie leise kann ich mich hier fallen lassen? Null. War ja klar. Ah. Und hallo, by the way. Die Frage ist natürlich, wie leise kann ich mich hier fallen lassen 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 Untertitelung des ZDF, 2020